Die Leitidee ist natürlich erstmal, wir wollen eigentlich die Kompetenz im Fußball sein. Im deutschen Fußball, möglicherweise auch international. Man träumt natürlich davon, dass wenn jemand etwas über Fußball wissen möchte, dass er zu uns kommt. Und dass wir durch dieses Wissen natürlich den Fußball besser machen können. Auf den verschiedenen Ebenen, natürlich im Endziel, wie alle gesagt haben, um eine erfolgreiche A-Nationalmannschaft zu haben, um dort den fünften Stern zu holen, um Titel zu holen. Wichtig ist einfach, dass die entsprechenden Bereiche zusammenkommen. Dass eben, wenn wir das mal so grob in drei Säulen teilen, das wird natürlich nochmal verfeinert in der weiteren Ausbildung, in den Elite-Mannschaften, also in U-Mannschaften, A-Nationalmannschaften, auch in der Forschung und Entwicklung, dass die Menschen zusammenkommen. Und das ist ja auch ein Hauptaspekt der Akademie gewesen, dass wir A, die Kommunikation der einzelnen Bereiche verbessern und dass wir natürlich optimale, moderne Bedingungen schaffen.